Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Das hier ist doch locker als das Foto, oder? Ja, ja, nice. Geht nur noch eins. Und das ist doch eigentlich im Schmielabor, oder nicht? Hätte ich jetzt zumindest so gedacht. Ja, das ist doch locker... Ich renne da gleich nochmal zurück, meinetwegen so. Also, ich will das wählen. Ich will das wählen. Das sieht übel nice aus. Selbst in Fotos... ... die Wurzeln hier immer mysteriös aussehen. Oder irgendwas hier muss doch ein Foto sein. Was sind doch diese Chemie... Mann... Das ist jetzt... Hm, okay. Dann nicht. Meh. So, reden wir mal mit Hayden. Okay. 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 Und... Es ist mein neuer Avatar. Exzellent. Ich habe eine Menge Likes auf FB. Ah. Ich habe dich flasch. Shut up. Someday... ... dein Portrait... ... wird in der Daniel-Decaster-Wing... ... der Louvre. Wir sprechen später. Das ist ein großartes Bild von Dana. Daniel ist das richtige Problem. Ja. Dana wirft sich in Pose. Okay. 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 Max will be pissed, we're sitting at her desk. Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson. Like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh. I think she can hear us. Spasten, ey. Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Will mit Taylor reden und das Bild ansehen. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Synapse! Dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film vs. Digital. Was gewinnt. I like Taylor's artistic side. Not her personality. No time to talk, Max. Art in progress. Alles klar. I can't believe the principal lets him stay in school after I told him what happened. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Assholes. Alles klar. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all. It was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Das hatten wir auch alles schon mal, ne? Drucker nicht. Glaube ich. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show about that thing. When I don't suck. Someday. Okay. Why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong. And weird. Oh, Leezen. Yeah. Krass. Wo ich gerade bei Erwartungen bin. David Madsen unterhielt sich heute mit mir, ohne ein Arsch zu sein. Ich dachte, ich krieg eins für meinen angeblichen Joint drauf, äh drauf. Aber er wollte bloß reden. Und zum ersten Mal tat er mir irgendwie leid. Er ist ein Veteran und muss im Kampf schreckliche Dinge gesehen haben. Er will sich nicht mit Chloe oder mir streiten. Aber wegen all dem Scheiß, den er mit Kate abzieht, fällt es mir schwer mit ihm auszukommen. Ich verspreche es zu versuchen. Für den Weltfrieden. Etwas komisches ist passiert, als sei nicht alles in letzter Zeit komisch. Ich sah Kate vertieft in eine heftige Diskussion mit Jefferson, bis sie in Tränen ausgelöst weglief. Ich hätte furchtbar gern dabei ganz nebenbei gefragt, oh übrigens, was ist mit Kate los? Als würde er es mir erzählen. Kate vergötete Jefferson quasi. Also, was hat er gesagt, dass sie so aufgebracht war? Gerade, als ich mich wegen Chloe und mir gut fühlte, komme ich in Jeffersons Klasse und sehe Nathan und Victoria auf meinem Tisch sitzen. Angriff des Doppelarschlochs. Maybe I'll see you later. Den Moment Einfangen von Mark Jefferson. Ich wundere mich, wie es fühlt sich, die falsche Bildung von dir zu sehen, um alle anderen Menschen zu beurteilen. Keine Smartphones in der Klasse, Max. Mach das weg. Normalerweise, die Leute brauchen etwas zu beurteilen, damit sie sich nicht gut auf sich selbst nehmen. Wir können die Realität für ein wenigstens bedanken. In der Ende, wir können nur uns selbst verraten, um zu beurteilen. Alles klar? Ja. Ja. Ich bin sicher, dass du das Syllabus hast, wie es ein Harry-Potter ist. Also, du musst wissen, dass heute, wir studieren Kiroschiro. Das schönes Wort über die Kontraste zwischen Licht und Schmerz. Die Schauspieler, die die Fotografie suche... ...visual power. ... wie es wäre. Ja? 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 Das ist nicht weg, wie es die Menschen weitergeht. Beispiele aus dem Roller Boden Boden, das bleibt selbst. Du bist alsozugehen in meiner Klasse, wie es jetzt noch nicht? Na? Ch�? Ja? 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 Ihr weiß das? Ja? Ja? Ist das für reale? Es ist weg! Ich dachte nicht, dass sie so verletzt war. Okay. Alter, fuck! Und wieder. Keep going, Max. Du kannst es nicht tun. Ach du Kacke. Was zur Hölle? Ne, hier komme ich nicht rein. Wo muss ich denn lagen? Oder kann ich da rein? Moment. Ne. Ne. Oh, ich bin so langsam. Äh, ich will mal da hinten hin, um zu gucken, ob ich da durchkomme. Warum kann ich denn nicht durch diese Menschenmassen durch? Ne, kann ich nicht. Ich komme hier nicht lang. Hä? Also, ich muss den Weg da eigentlich gehen. Ja, muss ich. Lol, was? Ja, ich will ja aus Wohnheim. Aber ich kann da nicht reingehen. Irgendwie. Wie? Ach, warte mal. Ich kann über die Blätter gehen, oder? Äh, über die Bretter da, oder? Nein, kann ich nicht. Ah, doch. Woran hing ich denn eben fest? Hä? What? Alles klar. Ja. Ja. Was ist das? Was hat die denn hier gemacht? Was habt ihr zu machen? Masst nicht rausknege ich euch. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. You sound so persuasive, Max. If only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell composed pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care. Even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite the hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Mr. Carfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. I don't know what I'm going to do. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her without a clue? Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and lay in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Ms. Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Das war... krass. Holy shit, Leute. Ihr habt überall Gänsehaut, Alter. Krass. Krass... Also, ich weiß so viel, das... Es auch hätte passieren können, das Kate... Springt und wir sie nicht retten können. Glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, das ist so. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, sie zu retten. Und die Aussage gegen Nathan war, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Ich bin fertig gerade Es hat gespeichert, es hat gespeichert Okay, gut Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut Da rein